Wir haben jetzt die erste Einheit am Platz gehabt. Ich habe mich schon sehr gefreut auf die Einheit. Das ist wichtig, dass man diese Eindrücke dann schnell verarbeitet und tagtäglich versucht, diese Dinge, die man sich so vorstellt, in der Mannschaft zu implizieren. So werden die ersten Schritte dann die nächsten Tage sein. Das war jetzt von der Intensität, vom Umfang her natürlich schon eher eine reduzierte Geschichte. Aber wir haben natürlich versucht, auch dort Qualität reinzubringen und gewisse Elemente, die wollten wir jetzt schon von der ersten Einheit vom ersten Tag wechseln. Wir setzen uns ganz gezielt Schwerpunkte von Einheit zu Einheit über die Wochen hinweg und analysieren diese Schwerpunkte dann auch, inwieweit wir es dann gut umgesetzt haben. Und setzen uns dann aufbauend auf diese Erkenntnisse die nächsten Schwerpunkte. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.